Servus von der KTM Hausmesse hier in Matikofen in Österreich. Jetzt habe ich euch ein echtes Leckerli hier vom KTM-Sodiment mitgebracht, das KTM Makina Lycan 772 in der Version Glorious, speziell für die Damen. Echt eine super schicke Farbe, man sieht das geil aus, habe ich gedacht, dass ich da vorbeigegangen bin, echt super. Technisch gesehen bietet es alles, was die sportliche Dame benötigt. 1x11 Shimano Performance CX Motor von Bosch, 750 Wattstunden Akku für eine große und tolle Reichweite mit diesem Fahrrad. Der Performance CX Motor basiert auf dem neuen Smart System, wir haben hier also die LED Remote, man kann das Rad dann zusätzlich noch rausstatten mit einem Smartphone-Grip, um das eigene Telefon zur Steuerung zu nehmen oder ganz einfach fährt man sonst kann man es im Prinzip auch ohne größeres Display fahren. Der Motor bietet 85 Nm Unterstützung, also auch die steilste Passage im Gebirge ist kein Problem mit dem KTM Makina Lycan. Und ansonsten 2x27 Zoll Laufräder, in dem Fall mit dem Schwalbe Nubi-Nic. Ausreichend gut profiliert, auch für etwas schwereres Gelände. Insgesamt ein super Rad, RockShox-Dämpfer hinten, Sandhoffedergabel vorne mit entsprechendem Speed-Lockout, dass es also auch blockiert werden kann. Klare Empfehlung für uns, mit 140 mm Federweg. Und ja, in jedem Fall ist man hier mit dem echten Hingucker mit dabei. Superschönes Matt, Farbe kann man gar nicht so genau definieren. Leichtes Lila, ein ganz tolles Farbspiel auch in der Sonne dann dazu und ja, können wir einfach nur empfehlen. Speziell Setup gemacht für Damen, Rahmengeometrie geht bis ins ganz Kleine runter, also auch für die kleinen Damen. Geometrie so angepasst, das Sattellenkeabstand sehr komfortabel sich dann trotzdem fahren, auch wenn man nicht so riesengroß ist. Ansonsten bietet es alle Vorteile, die die KTM-Fullis ebenso mit sich bringen. In dem Fall einfach ein super gelungenes und schickes E-Fulli von KTM und wir können es euch noch empfehlen. Hallo, Freunde, du hast da Freunde. Ja, du hast da Freunde, du hast da Freunde, du hast da Freunde, dein Mann, oder ich bin ein bisschen freiwillig. Ich bin dir, du hast da Freunde, du hast da Freunde. Okay, dann geht's nochmal gut.